Wir müssen nur sagen, wer wir sind. Ich bin die Verena. Und die Ahai. Pass mal jetzt ernsthaft. Wer bist du? Verena. Und ich bin? Der Haseb. Okay, was machen wir hier? Wir berichten. Über was? Die Berlinale. Denn wir sind... Voll heiß drauf. Nein, wir sind Netzreporter. Wir sind Netzreporter. Netzreporter. Also, Meeting war gut, oder? Doch, sind sehr schöne Konzepte dabei. Und ich bin mal gespannt, was tatsächlich am Ende bei rauskommt. Und jetzt würde ich euch gerne folgende Aufgabe geben. Ich möchte, dass die Netzreporter die besten Fotos kriegen von den Premis auf dem roten Teppich. Puh. So. Was ihr habt, ist nichts. Also, fangen wir bei Null an. Wir recherchieren den ganzen Tag, wo die geilste Party ist. Telefonieren mit dem Verantwortlichen und versuchen mit leicht bis stark modifizierter Wahrheit Zugang zu bekommen. Wirklich. Nix klappt. Aber die Veri hat die geile Idee. Das zeigen wir euch. Gucken wir mal, wie viele die haben. Wir nehmen jetzt nämlich Einwegkameras. Und, ähm... Schöne Sticker. Danke. Netzreporter. Also, wir sind ausgerüstet und wir wollen jetzt auf die Bild-Party. Place to be. Die VIP-Party. Wo die Crème de la Crème erraten wird. Also, ich bin bereit für den roten Teppich. Hammerhart, ey. Volles Geposen. Da nimmt bestimmt jemand eine Kamera mit von uns. Dürfen wir da... Darf man da näher hin? Oder wie? Dürfen wir die Kürze in die Hand drücken? Für wen seid ihr hier? Für uns. Aber das ist leider hier Pressezone. Wir müssen leider wieder raus. Wir haben hier eine Einwegkamera. Aber wir müssen bitte hier... Also, hier dürfen wir auch stehen, oder? Wir müssen nicht nur kontrollieren. Ja. Ich bin so schüchtern. Achso, nee. Echt? Ich habe hier eine Kamera für euch. Könnt ihr mit eben heute Abend einfach vermutlich machen. Und dann an diese Adresse schicken. Neee. Kannst du die eigene Kamera mit ihr mal ein Foto machen? Nee, das bleibt. Zeit frei. Liebe Stars, beeilt euch Moms. Was? Machst du einen schönen Foto? Komm mal. Ja, ja. Echte Kamera. Kein Handy. Echte Kamera. Kein Handy. Ähm, von euch. Von den anderen. Nee, wir haben es nicht aufgenommen, aber wir haben eine Kamera an den Mann gebracht. Und der hat richtig Bock drauf. Das wird gut. Und der ist auch noch Kameramann, Mann. Also meine Taschen sind gleichbauch nachladen. Und der hat eine Kamera. Nicht die Kamera zu sehen? Die Kamera ist in eine Kamera. Und den sind eine Kamera. Und der hat die Kamera. Und der hat die Kamera in einem anderen. Und den sind immer die Kamera auch unter uns. Wir haben einen Schritt und die Kamera. Und der hat die Kamera Cold찬. Aber der hat die Kamera nicht vorgelegt. Und die Kamera gucken. Wer ist uns? Wer macht den? Selbst Reporter, ich kenne euch. Mariela! Hey, ich brauche mehr Kameras. Also, vier von zwölf Kameras sind im Umlauf. Ich würde sagen, wir haben unseren Job erfolgreich abgewälzt. Können wir jetzt Feierabend machen? Feierabend. So, ich rufe jetzt mal in Beuchert an, wo wir gestern auf der Place2Be Party von der BILD unsere Kameras verteilt haben. Alles klar, Montagvormittag nochmal anrufen. Okay, dann rufe ich morgen nochmal an. Tschüss. Tag 7. Selber Ort, wie vor einer Woche. Restaurant Borchert. Unsere Kameras sind nicht wieder aufgetaucht. Aber sie wollen zu ihrem ursprünglichen Besitzer zurück. Und das sind wir. Also, wenn ihr es im Rausche vergessen habt, dass ihr sie benutzt habt, gebt sie uns zurück. So sehen sie aus. newspapers urban binden mich anrufen, dass ihr in den Boden seid. Das ist mein Leben wütend. Das war ja. Ich bin der G険 der Speed im Saal. Ich binsized genug ab, Transportation Henriksen ausst demonstrieren. Dies ist ein Aufruf an alle wachsamen Bürger und Bürgerinnen, denen Recht und Ordnung noch von Wert sind. Seit nunmehr sieben Tagen sind unsere Netzreporter-Kameras verschwunden. Wir haben sie am Samstag, den hälften Zonen, auf der Bild-Karte Place to be im Borchert verteilt. Nein, verliehen! Sie sind nicht zurückgekehrt. Wer auch immer sie hat, bitte melde dich bei uns. Emilia, Jovi, Botan, Wolke, Veronika, Michael, Mariella und Sebastian, Iris, Sophia, Hudo, David, Florian, Axel. Wir wissen, dass ihr da wart. Auf die Moral! So, das war's. Jetzt seid ihr dran. Wir sind über jeden Hinweis froh. Kommentiert, schreibt uns auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail. Wir sind überall. Verlinkt eure Stars. Wir verlassen jetzt Berlin. Aber auf jeden Fall, wir brauchen diese Fotos noch. Ciao! 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 Musik